G-Writers bietet als Ghostwriter Agentur einen Ghostwriter Service an. Wie kann ich nun einen Ghostwriter beauftragen? Sie gehen auf G-Writers.de und klicken auf jetzt kostenlos anfragen. Wir benötigen dann Ihre persönlichen Daten, die Fachrichtung, das Arbeitsthema, die Seitenzahl und das Lieferdatum. Bereits hier legen wir größten Wert auf den Schutz der Anonymität. Haben Sie ein Thema, das mehrere Fachrichtungen betrifft? Genau hier kann G-Writers Ihnen durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Ghostwritern in Teams besonders gut helfen. Was geschieht nach der Anfrage? Innerhalb von zwölf Stunden erhalten Sie nach Abstimmung der Kundenberater mit potenziellen Autoren ein Angebot. Eine unverbindliche Telefonkonferenz mit dem professionellen Autor ist jederzeit möglich. Im Angebot enthalten ist dann eine Literaturrecherche, kostenlose Feedbackschleifen, eine Plagiatsprüfung und die Überarbeitung und Überprüfung der Arbeit zum Schluss durch einen unabhängigen Supervisor. Telefonische Konferenzen zwischen den einzelnen Schritten mit dem Autor sind jederzeit möglich. Ist das Angebot erstellt, erhalten Sie es. Wenn Sie dann das Angebot annehmen, schließen wir mit Ihnen einen Werkvertrag. In diesem Werkvertrag verpflichten Sie sich, die Arbeit als Mustervorlage zu verwenden. Wir verpflichten uns, Ihnen eine professionelle Arbeit zu erstellen, die wissenschaftlichen Ansprüchen genügt. Und wir verpflichten uns, selbstverständlich uns an die vereinbarten Termine zu halten. Auf Basis des Angebotes wird ein detailliertes Briefing erstellt. Dieses Briefing stellt die Grundlage für die weitere Bearbeitung des Auftrages durch Ihren Autor dar. Nach Ihrer Anzahlung werden dann mehrere Teillieferungstermine vereinbart. Zu diesen Teillieferungsterminen haben Sie immer wieder die Möglichkeit, Feedback zu geben zu den bisherigen Leistungen. Dieses Feedback wird schnell und natürlich kostenfrei durch unsere Autoren für Sie umgesetzt. Ist dann die Mustervorlage erstellt, erhalten Sie diese zur abschließenden Kontrolle, bevor Sie an den Supervisor geht. Von Ghostwriting über Formatierung, Lektorat, Korrektorat, Plagiatsprüfung, Übersetzung, Promotionsberatung und MaxQDA-Auswertungen bietet Ihnen G-Writers als Ghostwriter-Agentur eine breite Palette von Leistungen an.